Hallo und schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Folge 60 vom Subraum Transmission Podcast. Heute möchte ich mich mit einem Thema beschäftigen, was damit zu tun hat, nach draußen zu gehen, weil in der aktuellen Zeit soll man sich ja nicht in Innenräumen aufhalten. Ihr wisst Bescheid, Corona, ja, da haben wir schon eine Weile mit zu tun und ich habe mir auch Verstärkung geholt für diese Episode und zwar ist die liebe, gute Jessie heute nochmal dabei. Erstmal hallo an dieser Stelle. Hallo. Na, ich hoffe, dir geht's gut. Danke, dir geht's auch gut, ja. Ja, ich kann nicht besser klagen, weißt du doch. Ja, und zwar die Jessie, der eine oder andere wird sie vielleicht noch kennen von euch, die uns öfters verfolgen und zwar war sie in Episode 21 dabei, das war letztes Jahr an Halloween und da hatten wir das Thema Alexa gehabt, also diese kleinen süßen Smart Speaker, genau, kennt ihr alle. Und jetzt haben wir uns ein Thema rausgesucht, das nennt sich Geocaching. Jawohl. Jessie, du machst das schon eine Weile länger und hast ja immer mal wieder begeistert davon gesprochen und ich dachte, das könnte für den einen oder anderen noch ganz interessant sein. Deswegen, technisches Thema, gehört auf diesen Kanal, du betreibst es hier bei uns im Siegerland, passt also perfekt, würde ich meinen, oder? Ja, ich denke auch. Okay, dann würde ich sagen, starten wir mal durch. Und zwar fände ich es cool, wenn du erstmal erklären würdest, was ist Geocaching und seit wann ungefähr gibt es das denn? Geocaching ist quasi eine Art moderne Schnitzeljagd mit GPS-Geräten oder dem Smartphone oder ähnlichem. Geocaching gibt es seit 2000. Der erste Cache weltweit wurde gelegt am 3. Mai 2000 und den ersten in Deutschland gab es dann am 2. Oktober. Im Jahr 2000? Auch 2000, ja. 2000. So, und jetzt war meine Frage immer oder mein Gedanke, den ich dazu immer hatte, weil ich ja schon wirklich lange nichts davon gehört habe, ist das nicht eigentlich schon tot? Tot im Sinne von, es betreibt keiner mehr? Ja, genau. Und zwar habe ich immer den Eindruck, dass, also ich kannte bis zu dir jetzt keinen, der das irgendwie aktiv noch betreibt. Also früher wirklich so um, ich sag mal so bis 2005 oder so war das wirklich sehr trendy und da waren die Leute oft draußen unterwegs. Und da ist mir vielleicht auch mal zufällig über den einen oder anderen Cache gestolpert, aber seitdem habe ich eigentlich nichts mehr davon gehört und das ist so aus der Wahrnehmung bei mir verschwunden. Und jetzt ist halt die Frage, ja, ist es nicht schon tot? Nein. Wundert mich irgendwie, ne? Nein, also tot ist es nicht. Gerade jetzt in der Zeit von Corona werden es auch tatsächlich immer mehr Menschen, die sich mehr oder weniger stark mit dem Thema Geocachen auseinandersetzen oder die Geocachen gehen. War ja bei mir jetzt auch nichts anderes, ne? Wenn du Tag ein, Tag aus die gleichen Strecken läufst draußen und irgendwann jeden Stein beim Namen kennst, hast du auch keine Lust mehr, ja, irgendwie rauszugehen oder irgendetwas zu machen. Du sollst Kontakte meiden, ne? Corona ist ja blöderweise allgegenwärtig und ja, da kamen wir aufs Geocachen. Ne, da hast du natürlich recht, immer mit den gleichen Strecken laufen. Das merke ich ja schon beim Hund. Da gehst du vielleicht auch ein paar Mal die gleiche Strecke und da ist Geocaching wahrscheinlich schon abwechslungsreicher. Ja. Da wäre jetzt die Frage, oder kurz zu dem Hund natürlich noch, mit dem laufe ich natürlich dann auch schon mal andere Strecken, eben genau aus besagten Gründen. Und der Einwand finde ich gut. Wie gesagt, ich hatte dich in der Episode 21 schon mal dabei und das ist, da war Corona gerade ziemlich am Anfang. Das war 2020 an Halloween gewesen. Die Episode 21 könnt ihr gerne reinhören. Da stellt die Jessie sich auch nochmal ein bisschen genauer vor. Da erfahrt ihr ein bisschen was über sie. Deswegen sparen wir uns das in dieser Episode. Alles zum Nachhören. Ja, jetzt wäre ganz spannend zu wissen, wie funktioniert denn Geocaching? Also Geocaching funktioniert im Grunde genommen, ich habe ja schon gesagt, es ist eine moderne Schnitzeljagd. Ja, man nutzt eine App am Smartphone oder am GPS-Gerät. Da gibt es verschiedene. Das Original ist von Groundspeak, also wenn man das jetzt original nennen kann, die Geocaching-App ist von Groundspeak. Da meldet man sich an, vergibt quasi oder gibt sich einen Cacher-Namen oder Nickname oder wie auch immer man das nennen möchte. Startet die App und kriegt dann quasi direkt angezeigt, wo liegt etwas. Also wo gibt es einen Cache, den man finden kann. Ja, und dann geht es eigentlich auch schon los. Man packt die Sachen und geht da hin. Und dann guckt man, findet man oder findet man nicht. Anhand der Koordinaten, die die App oder das GPS-Gerät anzeigen. Und wie bist du an das Hobby gekommen oder wie lange machst du das schon? Wir haben, also wenn ich wir sage, meine Tochter und mich, haben Anfang des Jahres einen Film geguckt, tatsächlich. Abenteuer Ohana, sehr zu empfehlen, wunderschöner Kinderfilm. Da geht es um ein Mädchen, was in New York aufwächst und begeisterte Geocacherin ist und dann umziehen muss auf die Insel Hawaii und dort ein mega Abenteuer erlebt. Und daraufhin wollte meine kleine Tochter Schätze finden. So kamen wir da drauf. Und ja, wie gesagt, am 1. Mai diesen Jahres sind wir dann losgezogen hier in der Umgebung und haben den ersten Cache gesucht und tatsächlich auch erfolgreich gefunden. Das heißt also, bei uns hier im Siegerland wird das auch noch aktiv von Menschen gepflegt und betrieben auch? Ja, ja, auf jeden Fall. Okay, cool. Und der Film, den ihr da gesehen habt, ist das Zeichentrick oder mit echten Menschen? Nee, das ist eine Realverfilmung, ja. Realverfilmung, okay. Gut, den können wir auch gerne nachher mal in den Kommentaren unten verlinken. Ist ja vielleicht für den einen oder anderen auch mal ganz spannend. Dann, wenn der auch für Kinder geeignet ist, tipptopp für die Familie. Finde ich super. Was begeistert dich am Geocachen? Ja, was mich begeistert ist, dass man Orte in der Umgebung findet, die man so gar nicht bewusst wahrnimmt. Dass man die Möglichkeit hat, ja neue Wege zu finden. Also wie gesagt, es gibt hier im Siegerland unglaublich schöne Stellen, die mir, ja da bin nämlich mal hundertmal dran vorbeigefahren, aber habe nie bewusst wahrgenommen, wie schön es eigentlich hier ist. Und was man alles entdecken kann. Egal, ob das jetzt beispielsweise diese kleine Planetenausstellung ist in Siegen. Oder das Gasometer. Das nimmt man einfach nicht bewusst wahr. Und wenn dort ein Cache liegt und man aufgrund dessen dann solche Orte sieht, finde ich das wunderbar. Tatsächlich. Du sagtest gerade, wir haben in Siegen eine Planetenausstellung? Ja, tatsächlich. Wo ist die denn? Richtung Achenbach auf der linken Seite, wenn man die Schemscheid hochfährt. Ah, okay. Okay. Das musst du mir dann auch mal schicken. Da höre ich jetzt gerade zum ersten Mal von. Ja, cool. Nicht schlecht. Ja, sonst, deine Tochter, die ist wahrscheinlich auch hellauf begeistert? Ja, natürlich. Also wenn es um Schätze finden geht, kann sie auch kilometerweit laufen. Man sucht sich halt immer so kleine Runden aus, wo man dann halt vielleicht den einen oder anderen Schatz in Anführungsstrichen mehr findet. Und ja, da ist die hellauf begeistert. Tatsächlich, ja. Ja, cool. Ja, und wie gesagt, man ist draußen. In der aktuellen Zeit das Beste, was man machen kann. Finde ich super. Jetzt könnten wir vielleicht diesen Begriff Geocaching vielleicht noch kurz klären. Und zwar Geocaching, das setzt sich ja im Prinzip aus dem Wort Geo und Cache zusammen. Wie kann man denn diese Begriffe jetzt einfach erklären? Also wie, was ist das für ein Kunstwort? Naja, gut. Ich meine, Geo ist altgriechisch und bedeutet Erde. Das heißt überall auf der Welt quasi, ja. Und der Cache ist einfach das Versteck. Ja, überall auf der Welt sind Verstecke, wo man quasi kleine Schätze finden kann. Das ist ganz einfach erklärt. Okay. Jetzt sagst du immer kleine Schätze. Was ist denn einfach gesagt ein Cache? Ein Cache. Also es gibt verschiedene Cache-Größen. Ja, die fangen an bei Nano. Das ist dann wirklich nur Fingerhut groß. Ein klitzekleines zusammengerolltes Logbuch. Das heißt quasi ein Schnipselchen, wo man seinen Namen draufschreiben kann und mehr nicht. Dann gibt es aber auch Cache-Behälter, die sind Brotdosen groß oder gar noch größer. Wir sind jetzt neulich unterwegs gewesen. Der Cache, der war so groß, da konnte man sich reinlegen. Ja, also die gibt es halt in allen Größen und in manchen findet man Tauschgegenstände. Zum Beispiel Ü-Eier-Figuren. Ja, das ist das, was dann halt die Kinder wirklich interessiert. Oder auch mal ein Pixie-Buch oder solche Kleinigkeiten halt. Ja, in anderen, wie gesagt, findet man dann halt nur dieses Logbuch. Da haben Kinder nicht so viel von. Dann gibt es in manchen sogenannte Trackables. Das sind Reisende. Reisende haben einen Code. Den kann man dann auch, ich sag jetzt mal, scannen, loggen in dem Fall. Und man kann diesen Gegenstand dann auch rausnehmen. Die haben meistens eine Aufgabe. Ja, und wenn man dann das Listening liest, dann sieht man, okay, der ist jetzt, der kommt aus Kuba und möchte nach Potsdam, wie auch immer. Kurzer Einwand oder Frage. Jetzt sagst du, das sind Reisende. Das ist also ein Cache, der wandert. Verstehe ich das richtig? Nicht der Cache, der Inhalt. Nein? Der Inhalt. Das sind, ja, aus diesem Versteck kann man ja Sachen rausnehmen. Es gibt Tauschgegenstände, wie gerade erwähnt, Ü-Ei-Figuren oder ähnliche Kleinigkeiten. Dann nimmt man was raus und legt was anderes rein. Oder aber man hat einen Trackable, der hat diesen Code, der hat eine Aufgabe, der möchte reisen. Ja, ob er jetzt von Hamburg nach München reisen möchte oder von Kuba nach, keine Ahnung, Guatemala. Völlig egal. Er hat eine Aufgabe. Und diese Aufgabe sollte man ihm dann helfen zu erfüllen. Das kann man sich dann so ähnlich vorstellen wie diese Steine, die so bemalt sind, die man schon mal am Wegesrand findet, die dann auch nach, was weiß ich, vom Siegerland nach Hamburg wandern möchten oder so. Genau. Ja, die man dann irgendwo anders auslegen soll. So macht man das hier im Prinzip, dass man dann hergeht, findet diesen Cache, findet dann dieses Teil, dieses Trackable und würde das dann quasi mitnehmen in den nächsten Cache Richtung dahin, wo er hin möchte. Genau. Okay, gut, habe ich das richtig verstanden. Ja, cool. Was macht denn dann einen guten Cache aus? Das Ideenreichtum des Owners, würde ich jetzt mal ganz platt sagen. Ja, es gibt Caches, wie gesagt, so ein kleiner Nano, der irgendwo magnetisch an der Litfaßsäule hängt. Der ist quasi ja langweiliger in Anführungsstrichen als etwas, wo ich eventuell vorher noch ein Rätsel lösen muss, um überhaupt dieses Versteck aufzubekommen. Ja, die sind dann teilweise mit Zahlenschlössern verschlossen und man muss sich erst überlegen, wie komme ich überhaupt da dran? Das finde ich schon sehr interessant und wirklich auch sehr schön, ja. Das heißt also, das höre ich jetzt da raus, da gibt es jetzt also wirklich auch bei diesen Caches unterschiedliche Schwierigkeitsstufen, richtig? Ja, es gibt verschiedene Schwierigkeitsstufen. Es gibt die Geländestufe und dann die Schwierigkeitsstufe des Caches, so will ich es jetzt mal ausdrücken. Es gibt eine D- und eine T-Wertung. Was bedeutet das? Weiß ich nicht. Müsste ich jetzt tatsächlich nachlesen. Also ich weiß, dass ein T5, T5 lese ich halt auch immer wieder, dazu brauchst du spezielle Ausrüstung. Du musst klettern, du musst graben, du musst irgendetwas tun. Meistens steht es dabei, was du tun musst. Ja, du musst angeln oben in Bäumen, irgendetwas. Je aufwendiger die Caches sind, desto höher die Wertung. Ah, okay. Das heißt, du hast dann beispielsweise, wenn du diese App benutzt, diese App, die du auf dem Smartphone hast, von Geocaching Direct war die? Die ist von Geocaching Direct. Es gibt verschiedene, aber ich nutze tatsächlich die App. Das Original quasi. Das Original quasi, ja. Okay. Das heißt, in dieser App sind die Caches benannt, beschrieben, wo man die in etwa findet. Und da drin steht dann auch schon, was weiß ich, für den Cache XY. Brauchst du beispielsweise Kletterausrüstung, eine Taschenlampe, ein Seil oder irgendwie sowas, oder? Nein, es steht tatsächlich nicht immer dabei, was du an eventuellen Hilfsmitteln benötigst. Ja, das nennt sich dann ECA, erweiterte Cacheausrüstung. Ja, teilweise schreiben sie dann dabei, ist erforderlich. Teilweise schreiben sie natürlich dabei, du brauchst eine Taschenlampe oder du brauchst eine 9-Volt-Batterie oder irgendetwas in der Art. Ja, aber manchmal siehst du das halt nur anhand der Schwierigkeitsbewertung. Ja. Wenn da steht T5, weiß ich zum Beispiel für mich als Neuling, das meine ich, kann ich nicht. Okay. Das heißt also, da steht dann dieses T5 und dann weißt du, okay, das hängt vielleicht, was weiß ich, 10 Meter hoch im Baum, komme ich eh nicht hin, den lasse ich bleiben. Genau. Oder ich muss klettern, graben, irgendwas. Genau. Okay. Dann habe ich mal gelesen, es gibt ja Unterschiede oder hast du ja vorhin auch schon beschrieben bei den Caches. Und zwar, was wäre denn zum Beispiel der Unterschied zwischen sogenannten Traditionals oder Multis und Nachtcaches, sowas scheint es ja wohl auch zu geben. Was ist das denn genau? Also so ein normaler Traditional ist quasi, du hast die Koordinaten, folgst diesen und findest an Ort und Stelle einen Cache. So, bei den Nachtcaches ist es ähnlich, also nur weil die jetzt Nacht, also nein. Bei einem Nachtcache ist es so, das ist meistens ein Mystery, das heißt, du musst vorher erst noch ein Rätsel lösen anhand des Listenings, also da steht es halt drin. Ja, du musst erst ein Rätsel lösen, um dann überhaupt die Koordinaten ermitteln zu können, um dann den Cache zu finden. Das heißt, das sind quasi zwei Caches, das heißt, du musst erst die Rätselaufgabe finden? Nein, nein, die Rätselaufgabe, die steht im Listening, die steht also quasi in der Cache-Beschreibung. Wo finde ich das denn jetzt? Das steht in der App. Genau. Also in der App steht dieses Listening oder Listening? Listening. Listening. Ja, das wollen wir alles hier richtig festhalten für die Nachwelt. Das heißt, da steht dann drinne, finde Koordinaten XYZ. Nein, also ein Mystery ist ein Cache, wo du erst ein Rätsel lösen musst. Zum Beispiel habe ich jetzt vor nicht allzu langer Zeit einen sogenannten Movie Cache gemacht. Da waren 20 Fragen ungefähr, ja, es waren ungefähr 20 Fragen. Da musste man die Filmtitel anhand von Emojis erraten. Wenn man den Filmtitel erraten hat, konnte man daraus errechnen, man war ein Buchstabe, den du brauchtest. Der Buchstabe ist eine Zahl. Anhand dieser Zahl konntest du dann, wenn du alle gelöst hast, die Koordinaten errechnen oder aufschreiben. Wenn du die Koordinaten hast, gehst du dahin und dort findest du dann den Cache. Ah, okay, gut. Nee, das macht Sinn. Ja, so, wenn man den Cache dann findet, wie kann man sich das denn vorstellen? Also das sind ja solche, sagtest du ja eben schon, irgendwelche Dosen oder Röllchen oder wie auch immer. Das sind ja diese, glaube ich, sogenannten Cache-Tauschbehälter, wenn man das so nennen möchte. Was findet man da drinnen so? Habe ich ja vorhin schon mal gesagt, so Ü-Eier-Figuren. Also wie gesagt, in den ganz Kleinen findest du nichts, außer das Logbuch, wo du dich dann eintragen kannst, dass du diesen Cache gefunden hast. Und dann gibt es die etwas Größeren, da sind so, ich sag mal, Ü-Eier-Figuren. Und alles, was so klein ist und in so einer Brotdose, nenne ich es jetzt mal, passt, ja, so die Größe. Dann gibt es solche, ja, die nennen sich TB-Hotel, Trackable-Hotel. Die sind relativ groß, da sind dann auch diese Trackables, von denen ich vorhin schon mal sprach, drin. Und größere Tauschgegenstände, aber alles so, ich sag jetzt mal, im handlichen Format, ja. Du findest jetzt nichts, was außerordentlich groß ist, im Regelfall, sondern wirklich immer so Kleinigkeiten, so Giveaways. Quasi sowas, also ich als Lego-Fan, ich könnte da jetzt eine Lego-Figur zum Beispiel reinpacken. Könntest du, ja. Als Beispiel, okay. Ja, wo wir gerade dabei sind, ich könnte da was reinpacken. Gibt es denn da Vorgaben, was man tauschen darf und was nicht? Ich nehme mal an, das muss ja irgendwie jugendfrei sein. Gibt es da irgendwelche Regelungen, vielleicht von Geocache direkt oder von der Community, die es da so gibt? Weiß ich jetzt tatsächlich, kann ich dir gar nicht so ganz genau beantworten, aber ich sag mal, der normale Menschenverstand sagt mir, was ich tauschen kann und was nicht. Dass ich kein benutztes Kondom irgendwo reinlege, sollte selbstverständlich sein. Okay, ja, das meine ich halt, dass ich auch kein Messer da reinlege oder irgendwelche ekligen Bilder oder was weiß ich was. Okay, also wirklich vernünftige Sachen, vernünftiger Menschenverstand, okay, passt. Da kämen wir auch schon zur nächsten Frage und zwar, das hattest du ja auch schon mal gerade mit den Ü-Eier-Figuren oder so. Wird denn zum Beispiel in dieser App auch unterschieden zwischen, ja, Caches für Kinder und für Erwachsene? Gibt es für Kinder vielleicht auch extra Apps oder sowas, dass Kinder das, was weiß ich, keine Ahnung, ab dem 8., 9. Lebensjahr selber auch machen können? Weißt du das? Nee, es gibt also keine speziellen Apps für Kinder. Es gibt auch keine speziellen, also es gibt bestimmt so den einen oder anderen Kinder-Cache, der als solches deklariert wird. Aber es gibt jetzt, ja, das Spiel ist einfach für groß und klein. Ja, und alleine aus diesem Grund sollte klar sein, was getauscht werden kann, um nochmal eben auf die Frage von vorhin zurückzukommen. Ja, es machen halt viele Eltern auch mit ihren Kindern, gerade für die Kinder, also ich glaube, ein Erwachsener tauscht nicht so gerne eine Ü-Eier-Figur wie ein Kind, was sich dadurch ja nochmal mehr begeistern lässt. Ja, das stimmt natürlich. Und wer kümmert sich dann um diesen gelegten Cache? Was sind das für Leute? Wer macht sowas? Ja, man nennt sie Owner. Ja, es sind die Besitzer des Caches. Die kümmern sich um die Instandhaltung. Ja, die kümmern sich darum, falls einer verschollen geht, defekt ist, das Logbuch voll ist, wie auch immer, darum, dass er ja weiterhin gepflegt wird. Ja, wenn ich etwas auslege, dann bin ich dafür verantwortlich. Du hast ja schon ein paar Mal dieses Logbuch erwähnt. Logbuch ist sowas ähnliches. Ich kenne das jetzt zum Beispiel, wenn du in Österreich oder so gehst, ein bisschen oben auf die Berge, auf die Höhen. Entschuldigung. Und dann hast du oben diese Gipfelkreuze und dann hast du ja meistens auch solche Logbücher, Tagebücher, wie auch immer, oder Gastbücher. Gästebücher, ja. Gästebücher, Entschuldigung, wo du dich eintragen kannst. Und so, ich war hier am sowieso und schöne Grüße aus, tralala. Ja, ja. Und so ähnlich funktioniert das bei dem Cache dann auch, ne? Richtig. Richtig. Also genau so funktioniert das quasi auch. Du findest einen Cache, du hast dieses Logbuch, da trägst du dich mit dem Datum, Uhrzeit, ja teilweise die Uhrzeit, auch nicht immer, und deinem Cachernamen ein. Und hast quasi so dokumentiert, dass du diesen Cache wirklich gefunden hast. So parallel dazu kannst du dann, oder solltest du, weiß ich nicht, machen die meisten, den Cache dann auch nochmal online loggen. Zum einen siehst du dann, dass du ihn gefunden hast, zum anderen sieht dann der Owner, dass du da warst und könnte dann, wenn er wollte, kontrollieren, ob du wirklich da warst. Das heißt, bei dem Owner, also bei dem Besitzer des Caches würde dann aufploppen, hier die Jessie war am Tag XY bei meinem Cache sowieso gewesen, hat da wohl ins Logbuch reingeschrieben, hat den quasi gefunden und wie nennt man das, wenn man den gefunden hat? Gibt es da ein extra Wort für, einen Begriff? Hast du den, ne, geowned hast du ihn ja nicht. Das ist ja, wie nennt man das? Ich habe ihn gecached, ich habe ihn gecached. Gecached, gecached dann einfach. Ja, und wenn ich mich eingetragen habe, habe ich ihn gelockt. Gelockt, genau. Okay, also das sieht er dann in der App. Das ist ja cool eigentlich. Aber jetzt eine Frage, die ich mir schon von Anfang an immer gestellt habe und zwar, ich finde das ja auch ganz spannend und interessant, ja, aber ich meine, weißt du selber, wir wohnen hier in Deutschland, viele Regularien und ganz viel ist irgendwie verboten, so gefühlt. Und welche Voraussetzungen muss man denn jetzt irgendwie erfüllen oder welche bürokratischen Hürden müsste man überwinden, um so ein Cache auslegen oder betreuen zu dürfen? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jetzt hergehen darf und darf da, ich sage jetzt mal ganz plump, eine Plastikbox mit Müll drin, also Entschuldigung, Ü-Ei-Figuren, Zettelchen, Büchlein und einen Kugelschreiber oder so jetzt irgendwo in den Wald legen. Ja, da wird dann der Förster kommen und wird mich ganz böse beschimpfen wahrscheinlich. Da muss man doch bestimmt irgendwelche Sachen erfüllen, oder? Ja, du musst dir halt darüber im Klaren sein, dass es Gesetze gibt, ja, und auch lokale Gesetze, das heißt, der Gemeinden, des Kreises, wie auch immer, wem auch immer der Ort quasi gehört, auf dem du einen Cache platzieren möchtest, das musst du machen. Und wenn kein Gesetz dagegen spricht, dann musst du dir eventuell ja, wenn du jetzt in einem Forstgebiet bist, vom Förster eine Genehmigung einholen oder von öffentlichen Stellen, es gibt Caches, die liegen in einer Stadtbibliothek zum Beispiel, da solltest du dir dann auch natürlich die Genehmigung einholen. Ja, es sei denn, du bist auf deinem Privatgelände, da kannst du ja prinzipiell machen, was du möchtest. Ja, aber ansonsten brauchst du natürlich erstmal die Genehmigungen der Eigentümer, der Grundstückseigentümer, um überhaupt etwas legen zu dürfen. Ja, dann fallen natürlich auch so ein paar Sachen raus, du kannst jetzt nicht in einem Naturschutzgebiet einfach wild unter irgendeinem Baum ein Cache legen. Das geht natürlich nicht. Und ich denke mir, sowas wie auf einem Jagdhochsitz darf ich wahrscheinlich auch keinen Nachtcache auslegen, wenn der Jäger da oben sitzt und auf einmal tauchen unten drei Leute auf, die den Nachtcache lösen wollen. Schwierig. Okay, also das heißt, ich muss mich quasi dann immer an die jeweilige, was weiß ich, Kommune, Stadt, wie auch immer wenden oder halt, wie du gerade sagtest, Bibliothek oder so. Ich frage dann den Besitzer oder Eigentümer, wie auch immer hier, darf ich in Regal 35 so ein Ding auslegen. Genau, genau. Und wenn du das gemacht hast, wird das sowieso nochmal von Groundspeak und den sogenannten Reviewer, heißen die glaube ich, geprüft, ob das alles den Vorschriften, die auch Groundspeak macht, entspricht. Ja, du kannst also einfach, du kannst nicht einfach irgendetwas tun und hoffen, dass es veröffentlicht wird bei denen auf der Internetseite, die sichern sich ja auch ab. Ja, und Groundspeak ist jetzt wer? Sind das die Macher von Geocache oder? Genau, genau. Das sind quasi die Entwickler der Geocaching Original-App. Okay, ja App, gutes Stichwort. Jetzt hatten wir schon die Geocache-App, die nutzt du ja, hast du gesagt. Und jetzt gibt es ja auch noch andere Hilfsmittel. Das heißt, wenn du eine App benutzt, hast du in der Regel ja ein Smartphone mit GPS dann an und nutzt dann irgendeinen Kartendienst und würdest dann damit losgehen, deine Koordinaten da eingeben und ab in den Wald oder so. Das funktioniert tatsächlich auch alles über die App. Also mit der Groundspeak Original-Geocaching-App, da ist das Kartenmaterial hinterlegt, sodass du einfach nur mit dieser App gehen kannst. Es gibt natürlich ja auch andere Apps, die du nutzen kannst. C-Geo zum Beispiel. C-Geo, ich weiß nicht genau, wie sie heißt. Ja, oder wenn du einen anderen Cache-Typ machen möchtest, sogenannte Adventure-Labs. Das ist quasi so eine Sehenswürdig, also so eine Sehenswürdigkeiten-App, so beschreibe ich die immer. Dann läufst du verschiedene Punkte ab, musst dazu Fragen beantworten. Auch eine Art des Geocachings. Über die App dann aber. Dafür brauchst du eine spezielle App, die nennt sich dann Adventure-Lab. Es gibt unglaublich viele Hilfsmittel-Apps zum Errechnen von Koordinaten, um Rätsel zu lösen, wie es was kodiert. Also es gibt ja Unmengen, Unmengen an verschiedener Rätsel und Rätselansätze und dazu gibt es immer irgendwo eine passende App. Okay, das heißt also, es läuft im Prinzip über die jeweilige App. Das, was ich machen möchte, Geocache wäre dann beispielsweise die Geocache-App oder die anderen. Und jetzt gibt es ja nicht nur das Handy und GPS, sondern du hast ja auch, glaube ich, so andere Geräte, GPS-Geräte, die du nutzen könntest. Das heißt, da würdest du wirklich dann nur nackt mit den Koordinaten arbeiten, oder? Ich glaube, ja. Also ich habe das selber noch nicht gemacht, aber ja. Ich lese immer wieder davon, dass die Leute oder andere Cacher halt auch ein GPS-Gerät verwenden, weil die wohl besser funktionieren oder feinfühliger funktionieren als das GPS am Smartphone. So dass man, also manchmal stehst du im Wald und dann hat dein Smartphone keinen wirklichen Empfang mehr und dann springen die Koordinaten. Ja, das heißt, du läufst fünf Meter den Berg hoch und zehn Meter wieder zurück, weil du auf einmal irgendwo ganz woanders bist, laut deinem Smartphone. Das soll wohl besser sein mit einem GPS-Gerät. Erfahrungen habe ich damit keine. Okay. Also so ein GPS-Gerät habe ich auch noch nicht benutzt, aber das, was du gerade beschrieben hast, das kenne ich tatsächlich, dass du dann zum Beispiel mit einem Smartphone und dem GPS dann irgendwie so 150, 200 Meter an einer anderen Stelle angezeigt wirst. Also wirklich deutlich mehr noch wie diese zehn oder fünf Meter. Das macht schon wirklich krasse Unterschiede aus. Und wenn du halt einen Baum im Wald suchst, dürfte das schwierig sein. Da frage ich mich auch gerade, ob Geocacher auch sowas nutzen wie die App What Free Words. Die gibt es ja auch noch, wo du exakt, ich weiß nicht, ob du die App kennst. Das ist eine App, da habe ich tatsächlich auch mal eine Podcast-Folge drüber gemacht. Da ist ja im Prinzip der gesamte Globus, ist quasi so eine Matrix drüber gezogen. Und du hast, ich meine, das wären immer Quadrate von dreimal drei Metern und die haben spezielle Namen. Und damit könnte man Geocache, glaube ich, auch sehr geil finden und einfach auch finden, weil du wirklich explizit diese, was weiß ich, dreimal drei Meter, wo zum Beispiel die Parkbank oder der Baum steht oder so, wirklich explizit benennen kannst. Weiß ich halt nicht. Aber wie gesagt, wäre vielleicht auch mal so ein Hinweis für dich zum Nutzen, wenn das da eine Möglichkeit für gibt. Das weiß ich tatsächlich nicht. Müsste ich mal eruieren, weiß ich nicht. Hast du selber auch schon mal ein Cash ausgelegt? Nein. Ich bin dafür zu neu, behaupte ich jetzt mal. Also ich habe noch nicht die Erfahrung, was kann man, was möchten die Leute, was möchte ich, möchte ich mich darum kümmern. Ich habe, wie gesagt, ich mache das jetzt erst mal noch, ich sage nur so ein Jahr, zwei. Und wenn ich dann meine, ich habe Erfahrung genug, dann überlege ich mir, ob ich so etwas auch mal machen möchte. Ja, ich glaube, das ist auch ganz spannend. Und ich denke mal, da gibt es ja wahrscheinlich auch viele Leute, die dann irgendwie nicht nur ein Cash haben, die dann vielleicht 10, 20, 30 auslegen oder mehr. Oder das vielleicht auch in Gruppen machen und ein größeres Gebiet dann abstecken. Könnte ich mir auch spaßig vorstellen. Ich glaube, da wäre ich dann eher der Typ für, nicht unbedingt das Suchen, sondern wirklich eher zu sagen hier, weil ich mache ja Menschen schon mal ganz gerne Freude oder so. Und dann einfach mal ein Cash auslegen und da coole Sachen reinlegen oder so. Denke ich mal. Wäre, glaube ich, eher was für mich, oder? Was meinst du? Ja, ich glaube schon. Da hätte ich, glaube ich, mehr Spaß dran und gerade mir solche Rätselchen oder so ausdenken. Was würdest du denn sagen, für wen ist denn das richtige Hobby? Ist das jetzt eher was für jung oder alt? Ich meine, jetzt wissen wir, okay, Kinder und Familien. Ist das jetzt eher was für die Mitzwanziger oder fängst du da eher so ab Ende 30 mit an? Gibt es da irgendwie eine Richtlinie, für wen das was ist? Nee, nee. Also tatsächlich für jung und alt. Ja, jeder, der irgendwie sich draußen beschäftigen möchte, für den ist das was. Ja, deswegen gibt es auch verschiedene Schwierigkeitsstufen. Also ja, dass ein, ich sage jetzt mal, 85-Jähriger nicht mehr auf den Baum klettern möchte, ist in Ordnung. Aber es gibt so viele verschiedene, dass das wirklich für jeden was ist. Ja, das glaube ich. Klingt ja auch alles schon wirklich ziemlich vielfältig. Aber jetzt denke ich so an das aktuelle Wetter draußen. Ja, so nass, kalt. Eigentlich sollte es heute schneien. Irgendwie hat es heute nur geregnet und draußen ist eine Matsche. Ist das nicht so ein Sommer-Hobby? Macht man das nicht nur im Sommer? Nee. Nee. Also ich denke, das hier ist jetzt auch mein erster Winter. Viele Caches sind natürlich, gerade wenn die irgendwo auf der Erde liegen, im Winter nicht unbedingt findbar. Auch das steht aber bei den Caches dabei. So, es gibt aber ja zum Beispiel auch sogenannte Angel-Caches, die hängen dann in Bäumen. Die finde ich auch im Winter. Ja, also es gibt Sommer, Winter, Fräse, völlig egal welche Jahreszeit. Man kann immer cachen. Okay, ja cool. Das heißt, Angel-Cache, sagst du gerade, das ist dann sowas wie, was weiß ich, so ein ausgemustertes Vogelhäuschen. Also stelle ich mir das jetzt vor, was dann irgendwo an einem Ast hängt und da ist dann rotes X drauf gemalt und dann weißt du, ah, da ist er. So ungefähr. Ja, ganz leicht erklärt. Manchmal hängt auch nur ein kleines Schloss oben in irgendeiner Baumkrone. Ja, und da muss man halt erstmal drankommen. Okay. Ja, das klingt auf jeden Fall schon echt cool. Also das, denke ich mal, macht wirklich Spaß. Und sich auch die Sachen auszudenken. Also Respekt da an die Leute, die da Ideen haben. Und sich auch die Arbeit machen, da wirklich, ja, sich verschiedene Sachen auszudenken, finde ich echt wirklich cool. Und das würde mir, glaube ich, auch Spaß machen. Wie gesagt, da bin ich eher so der Verstecker wie der Finder, glaube ich. Ja, jetzt hatte ich, ja gut, die Frage im Prinzip, ob das jetzt halt nur im Wald oder auch in urbanen Gegenden stattfindet, habe ich ja, oder haben wir im Prinzip schon beantwortet, dadurch, dass wir gesagt haben, okay, man kann das in der Stadtbibliothek auslegen oder vielleicht bei McDonalds unter der hinterletzten Bank oder was weiß ich wo. Ja, oder auch bei Burger King gibt es ja noch mehrere Fastfood-Ketten. Wir wollen ja keine Werbung machen. Okay, nee, jetzt wäre die Frage, wenn du jetzt so ein Cache gefunden hast, was macht man dann, wenn man ein Cache gefunden hat? Wie geht das dann an dieser Station weiter, wenn man das Rätsel gelöst hat? Das heißt, du schreibst dann im Prinzip in dieses Logbuch und was machst du dann noch? Du legst dann von dir auch ein Gegenstand da rein, nimmst den anderen mit oder wie funktioniert das? Wenn der Cache-Behälter groß genug ist, kann man tauschen, man muss nicht tauschen, klar. Also man trägt sich in das, man findet den Cache. So, wir nehmen jetzt mal einen ganz traditionellen, das ist ein Cache an einer Station. Kein Rätsel vorher, ja, eventuell eins zum Öffnen des Caches, aber egal. So, du findest den Cache, du öffnest ihn, du findest das Logbuch, du findest eventuell Tauschgegenstände, ja, du trägst dich in das Logbuch ein, du tauschst, wenn du tauschen möchtest, du legst ihn so zurück oder du baust so zurück, wie du ihn vorgefunden hast, du loggst ihn dann noch online. Ob du das jetzt direkt vor Ort machst oder zu Hause oder Tage, Wochen später, ist dir überlassen. So, dann bist du mit einem Cache fertig. Hast du jetzt einen Multi, da läufst du verschiedene Stationen ab. Ja, du findest halt an jeder Station einen Teil der Zielkoordinaten. So, und wenn du alle Stationen und die dort entstehenden Fragen beantwortet hast, kommst du an die Zielkoordinaten und auch da loggst du wieder in dem Logbuch, nimmst was raus, wenn es was rauszunehmen gibt, legst was rein, wenn du möchtest. Wie auch immer, ja, gleicher Ablauf. So, bei den Mysteries musst du halt vorher ein Rätsel lösen, um überhaupt dahin zu kommen. Auch dann wieder gleicher Ablauf. Ja, jetzt sagst du gerade Mystery. Ich glaube, da gab es auch noch solche Puzzle-Caches. Hast du sowas auch schon mal gehabt? Das sind, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir von dem Gleichen reden. Also, wenn ich zum Beispiel einen Multi habe, der hat verschiedene Stationen, dann kriege ich das als Puzzleteile angezeigt. Vielleicht reden wir aber auch von einer Cache-Art, die ich noch nicht kenne. Ich kenne sie auch noch nicht. Es gibt etliche, etliche. Okay. Verschiedene. Ja, okay. Ja gut, kann ja auch sein, dass ich dann aus diesem Multi-Cache, wenn du verschiedene Behälter oder was findest, Stationen findest, wo dann verschiedene Sachen drin sind, die man dann zusammenlegen muss, um dann ein Ding zu lösen. Das kann ja sein. Dann hatte ich noch gelesen, es gibt dann irgendwie sowas wie ein Event-Cache. Sagt dir das was? Ja, das sind einfach Events wie zum Beispiel Stammtische oder Sommerfeste, wo sich Cacher treffen, um sich auszutauschen und um abzufragen oder einzuladen. Viele Cacher kennen sich ja auch vielleicht gar nicht persönlich, sondern nur Cacher-Namen. Wird so ein Event gemacht. Ja, da kann man dann sagen, ich komme, ich komme nicht und dann geht man einfach dorthin. Ja, und dann findet, neulich fand ein Film-Event statt, habe ich gelesen. Ja, vieles lese ich halt auch nur. Da wird dann ein Film gezeigt und daraufhin kann man dann auch irgendwas tracken, loggen, wie auch immer. Muss wohl ganz cool sein, kenne ich so noch nicht. Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Das heißt, man trifft sich dann bei einem zu Hause oder baut der dann im Wald eine Leinwand auf? Oder wie funktioniert das, wenn du sagst, da wird ein Film gezeigt? Weißt du nicht? Nee, kann ich dir tatsächlich gar nicht so ganz genau sagen, aber ich gehe davon aus, das ist ja wie so ein, manche Events sind Stammtische. Ja, und dann treffen die sich tatsächlich in der Kneipe, trinken Bier oder veranstalten Grillfest oder was auch immer und tauschen sich dort aus. Ah, das heißt also, es gibt dann, es gibt quasi wirklich so eine richtige, oder gibt es jetzt immer noch, muss man ja sagen, wenn du sagst, das gibt es ja schon seit 2000 etwa oder vielleicht schon vorher, so eine Geocaching-Community. Ja, ja. Weiß man da, ja, Entschuldigung? Erst du, bitte. Achso, weiß man da ungefähr, wie viele Menschen das so sind, so rund um den Globus oder in Deutschland, kann man das irgendwie abschätzen, an Zahlen festmachen? Ich meine, es ist jetzt nicht schlimm, wenn du es nicht weißt, alles gut, aber wäre vielleicht mal ganz spannend zu wissen, weil wie gesagt, ich habe immer geglaubt, lange, lange Zeit, dass das echt so ein totes Hobby ist, irgendwie, dass das wirklich keiner mehr macht und ja, jetzt so in letzter Zeit ploppt das halt irgendwie immer mehr auf, weil halt jetzt die Leute Beschäftigung suchen. Bei mir war es halt Lego geworden, dass ich mich da mit Lego beschäftige und baue und mache und tue und andere gehen halt raus in Natur und geocachen halt, wie du jetzt, was ich auch cool finde. Ich kann dir tatsächlich gerade nicht sagen, wie viele Geocacher es gibt. Ich meine, ich könnte das jetzt googeln, aber… Das können ja die anderen auch, nein, alles gut. Dann hätte ja sein können, dass da vielleicht irgendwo in der App oder was angezeigt wird, keine Ahnung. Was gibt es denn da so für Plattformen für Leute, die jetzt das vielleicht spannend finden, das Thema? Wo würdest du die jetzt hinschicken? Wo würde die Jessie jetzt sagen, ey, guck mal, du hast jetzt voll Bock auf Geocaching, du willst dein Smartphone nehmen, deine Gummistiefel und bei dem Scheißwetter, Entschuldigung, rausgehen und so ein Cache finden. Wo gehen die jetzt hin? Was brauchen die? Wie geht es los? Die gehen jetzt auf die Internetseite geocaching.com und melden sich erst mal an. So, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, wie das funktioniert. Was brauchen die für die Anmeldung? Eine E-Mail-Adresse und einen Benutzernamen. Okay, also keinen Klarnamen und nichts, du kannst dir einen Spitznamen geben. Nein, 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 du gibst dir einfach einen Spitznamen und wenn der nicht vergeben ist, dann hast du den auch schon. So, und dann guckst du dich auf der Seite ein bisschen um, auch online kann man sehen, wo welche Caches liegen, ja, in der näheren Umgebung und dann dappelt man, man liest das Liste nicht, also man klickt auf den Cache, guckt erstmal, kann ich den überhaupt machen, brauche ich vielleicht irgendetwas dazu und dann läuft man eigentlich los. So, so ganz, ganz blauäugig. Ja, so wie du wahrscheinlich auch angefangen hast. Davon gehört, begeistert gewesen. Und einfach mal losgelaufen und dann auch beim ersten Mal gar nicht enttäuscht worden. Ja, 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 ja. Okay, ja, cool. Das klingt doch wirklich spaßig. Also für alle würde ich jetzt auch empfehlen, für alle, die jetzt Bock haben, das wirklich mal zu machen und Innenräume meiden wollen, würde ich sagen, eins der besten Hobbys dafür. Und klar, draußen laufen, viel bewegen, auch ohne Hund, so muss man sich schon immer zwingen. Ich nehme an, du hast ja auch schon eine Aufgabe gesetzt, wie viele Caches du lösen möchtest, oder? Gibt es da irgendwie so einen eigenen Schweinehund, den man dann überwinden muss? Tatsächlich habe ich gedacht, ein Cache am Tag. Also 365 bis zum 1. Mai 2022. Ich habe noch ein bisschen was vor mir. Okay, ja gut, aber ein Cache pro Tag, das ist ja dann auch ein bisschen mit Fahrerei verbunden, oder? Die findest du ja nicht alle, wenn du jetzt aus der Haustür rausgehst, oder? Das ist tatsächlich so, ja, hier in der näheren Umgebung, in der Homezone, wie man es nennt, habe ich tatsächlich schon fast alles abgefrühstückt, außer die, die ich halt wirklich nicht kann oder nicht möchte, die ich mir nicht zutraue. Und ja, dann fährt man auch. Okay, okay, okay. Das heißt, eher gut, nicht zutrauen, das hatten wir eben schon mit den verschiedenen Schwierigkeitsgraden, wo du Taschenlampen brauchst, in Höhlen klettern oder an Bäumen hochsteigen. Das heißt, du bist jetzt ein Cacher, der nicht losrennt und diverse Werkzeuge mit hat. Du guckst, du suchst dir die in Anführungsstrichen einfachen raus und frühstückst die erstmal ab, wie du gerade so schön gesagt hast. Ganz genau. Also ich bin noch nicht so weit, dass ich sage, ich muss jetzt eine Kletterausrüstung mit mir rumschleppen. Ja, so ein paar Kleinigkeiten hat man dabei, ob das jetzt ein kleiner Magnet ist oder ein Spiegel, um mal hinter manche Sachen zu schauen oder eine Pinzette ist immer total, ich finde Pinzetten toll, muss man dabei haben. Ja, ich habe auch immer Handschuhe dabei, also solche Sachen, klar, aber jetzt nichts Großes tatsächlich. So weit bin ich einfach noch nicht. Okay. Was ist denn so der schwierigste Cache gewesen, den du bis jetzt gelöst hast? Ich meine, du musst jetzt nicht sagen, wo der liegt oder so, aber vielleicht, was war denn so der coolste, was war so die krasseste Aufgabe, was du mal machen musstest, damit die Leute so ungefähr eine Vorstellung davon bekommen, was sie erwarten könnten? Also es gibt hier in der Umgebung einen Owner, der hat mich einfach total begeistert mit seiner Art, wie er die Caches gestaltet. Also es sind immer große Sachen mit Liebe gemacht. Alle haben ja verschiedene Schwierigkeitsstufen. Du musst jedes Mal, um ihn überhaupt öffnen zu können, ein Rätsel vorher lösen im Sinne von, ja manchmal ist es Geschicklichkeit. Ich, ähm, kennst du vielleicht diese, diese, gab es früher schon, äh, Flaschenposträtsel. Das sagt mir jetzt so nicht wirklich was. Du hast, du hast einen Stab in einer Flasche, an diesem Stab ist eine Schraube, auf der Schraube sitzt eine Mutter. Ja, 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 doch, 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 so bildlich, ja, okay. Ja, und dann musst du das halt, dann musst du das halt, äh, rauslösen und hinterher wieder zusammensetzen, ein bisschen knifflig. Ähm, auch machbar, also solche Sachen fand ich total toll. Ja, ich hab erst mal dort gestanden, hab gedacht, Mensch, auseinander kriegst du den, aber du musst ihn auch wieder zurückbauen. Ja, hat funktioniert, alles super. Ähm, find ich toll. An, an, an einer Station, oder, ne, es war eine, eine Runde mit verschiedenen, die wir rausgesucht hatten, ähm, an einer Station musstest du, brauchtest du eine Batterie, um dir, ähm, den, um dir Zahlen anzeigen zu lassen, mit dieser Batterie, ich geh da jetzt nicht näher drauf ein, um ein Zahlenschloss öffnen zu können. Ja, an einer anderen Station brauchtest du einen Spiegel, weil die ganze Schrift, also du hattest ein Rätsel zu lösen, was spiegelverkehrt geschrieben war. Ähm, solche Sachen fand ich total toll. Also alles mit Liebe, unglaublich viel Liebe gemacht, bisschen anspruchsvoll, ein bisschen was zum Nachdenken, ja, und draußen total schön. Ja, das, das ist wirklich cool. Und das, also mit der Batterie jetzt als Beispiel, du hast dann, was weiß ich, einen 9-Volt-Block oder so mit. Genau. Dann hat der irgendwo irgendwelche Anschlüsse, dann klemmst du das Ding dran, dann hat der da irgendwie wahrscheinlich ein kleines Display irgendwo eingebaut und mit dem Code findest du dann irgendwo das Zahlenschloss und kannst den Code dann da eingeben zum Beispiel. Du hast das Zahlenschloss halt da und brauchst halt die Zahlen dafür, ja. Ah, cool. Ja, das, das ist schon echt krass, also wenn die Leute da so wirklich so Hirnschmalz reinfließen lassen und sich solche Ideen machen oder Gedanken machen, weil, äh, ich meine, da hinlaufen und das Ding finden ist, glaube ich, das eine, ja. Ja, aber dann wirklich vor Ort sein und dann noch Aufgaben lösen, das macht's ja, macht die Freude auf den Schatz, wie ihr es nennt, oder den Cash, macht's ja, glaube ich, noch größer, ne. Das ist schon cool, ja, denke ich mir. Da hatte ich noch was gelesen, das fand ich ganz witzig, so als, naja, kleiner Harry-Potter-Fan will ich nicht sagen, aber, ähm. Jetzt ist es ja so, die Geocache sind ja eigentlich wirklich nur für die Geocacher gedacht und nicht für die Normalsterblichen, ne. Genau. Äh, wie bezeichnen denn Geocacher normale Menschen? Als Muggel. Das fand ich, das fand ich großartig, wo ich das gelesen habe, dachte ich mir so, okay, gut. Ich hab am Anfang auch schwer lachen müssen, weil ich kannte die Muggel auch nur aus Harry-Potter, jetzt stelle ich fest, es gibt ganz viele davon. Okay, ja, komisch, ne. Ja. Wir sind überall. Ihr seid überall. Die Muggel, Astrein, ja, wie verhält man sich denn? Du stehst jetzt gerade im Wald und dann laufen so drei, vier, fünf Meter von dir so zwei Leute entlang und du bist gerade dabei, dein Cash zu lösen. Hörst du dann auf oder wartest du, bis die vorbeigelaufen sind oder erklärst du denen, was du machst? Ich erkläre denen nicht, was ich mache, ja, ich versuche mich einfach generell ziemlich, also, ja, unauffällig zu verhalten. Du rennst nicht durch den Wald mit deiner Schaufel und gräbst den Wald um, ja, und erklärst dem Förster dann, dass du ein Todes Reh suchst. Nein, du bist einfach, also, du machst dir auch nichts kaputt. Du bist einfach unscheinbar. So, und wenn da einer kommt und du hast gerade diese Dose in der Hand, dann ist das halt so, ja, aber da machst du halt keinen Hehl drum, weil sobald du anfängst irgendwie rumzudrucksen, hast du Aufmerksamkeit. Die willst du nicht. Ja, 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 das denke ich mir. Naja, gut, ich sag mal, gut, klar, wenn dann der Förster oder Jagdaufseher oder wer auch immer da kommt und sagt, ey, was machst du da mitten im Wald? Weil das heißt ja im Wald auch bitte auf dem Weg bleiben und so. Okay, ich nehme an, der, der aber da auch die Jagd macht, der wird ja eigentlich auch wissen, dass der Cash da liegt, vermute ich mal. Womit wir wieder bei den Gesetzen wären. Naja, das ist halt die Sache mit dem, nicht den Weg verlassen und so. Also, ja, cool, ja, ich stelle mir das großartig vor. Jesse, haben wir noch irgendwas vergessen, was ich noch nicht gefragt habe? Gibt es da noch irgendwas, was du den Leuten ans Herz legen möchtest vielleicht? So für dieses Hobby, gerade jetzt in dieser bescheidenen Zeit, wo man doch vielleicht eher rausgehen sollte, möglichst alleine oder halt mit Familie, Kind, wie auch immer. Geht geocaching. Geht geocaching, es macht wirklich mega Spaß. Man sieht wirklich, habe ich ja vorhin schon gesagt, Orte, die man so einfach nicht kannte. Fertig. Ja, super. Ja, cool. Nein, dann würde ich sagen, du stellst mir noch so ein paar Links zur Verfügung. Ich packe das dann unten alles schön in die Shownotes. Und ja, ich denke, dann haben wir das Thema, wie du sagtest, abgefrühstückt. Ich finde das wirklich spannend, weil technisch und du bist draußen und auch hier bei uns in der Umgebung. Das wäre vielleicht noch eine Frage. Kannst du ungefähr abschätzen, bei uns so im Siegerland, wie viele Geocaches es gibt? Hunderte. Nee, ne? Hunderte. Okay, also wirklich viele. Das heißt, selbst wenn ich jetzt hier aus Netfen raus anfangen wollte, könnte ich quasi loslaufen und würde erst mal ein paar Stück finden. Ja. Okay, ja, dann würde ich sagen, ist doch, denke ich mal, für den einen oder anderen Hobby dabei oder ein neues Hobby gefunden, muss man sagen. Muss ja nicht jeder wie ich Lego bauen. Ist ja auch manchmal langweilig, wenn du da nur drin hockst. Also, raus an die frische Luft und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Jessie, dir vielen lieben Dank, dass du heute wieder dabei warst. Hat wieder tierisch Spaß gemacht mit dir. Ich danke dir, dass ich nochmal dabei sein durfte. Ja, gerne, gerne wieder. Und ich denke, wir finden noch das ein oder andere Thema, wo wir uns nochmal zusammenhocken können. Bestimmt. Machen wir so. Jessie, bleib gesund. Ich wünsche dir was. Danke ebenso. Bis dahin. Und euch da draußen wünsche ich noch einen schönen Tag. Danke fürs Einschalten. Lasst gerne ein Like da. Teilt die Episode gerne, wenn das Hobby was für euch ist. Oder ihr glaubt, das Hobby ist für jemand anderen was. Und ja, dann verabschiede ich mich bis zur nächsten Episode. Vielen Dank. Euer Daniel vom Subraumtransmissionen-Podcast. Macht's gut. Ciao. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020